Ich mochte das nicht. Obwohl ich wusste, dass alle Großen manchmal betrunken waren. Bei den anderen fand ich es nicht so schlimm. Mein Onkel Fritz erzählte dann immer Witze und mein Großvater machte die Hühner nach. Und zum Schluss hatten sie immer Volkslieder gesungen, wenn sie betrunken waren. Kein schöner Land in dieser Zeit oder der Mond ist aufgegangen. Und Onkel Fritz hatte sein Portemonnaie aufgemacht und mir einen Fünfer geschenkt, wenn er betrunken war. Du sollst nicht so viel trinken, sagte ich. Ach, Spätzchen, kicherte meine Mutter, sei doch nicht immer so vernünftig. Ich hab nicht viel getrunken, mach dir mal keine Sorgen. Sie stand auf und spannte das Bettlaken über die Liege. Dann schüttelte sie mein Kopfgissen auf. Und hier wirst du schlafen wie in Abrahams Schoß, lachte sie. Trotzdem, sagte ich leise und hielt mein Knicklicht fest. Als Daniel und Lukas kamen, hörten wir ein lautes Platschen im Wasser graben. Na, endlich, sagte meine Mutter. Was habt ihr vor? Fragte ich. Wir machen eine Bootsfahrt. Daniel und ich guckten uns an. Ich will aber mit, rief Lukas. Auf keinen Fall, sagte meine Mutter. Das ist eine Bootsfahrt nur für Erwachsene. Es gibt noch einen奶制. Hayter Areop aus dem Wasser. Nein, nicht jub enjoyed.